Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield Bad Company 2, diesmal mit dem Major Knick oder auch Infinity, der jetzt einmal Tschüss sagen darf. Äh, hallo. Klappt nicht, okay. Wo sind die ganzen Gegner hin? Hier war doch vorhin alles voll. Ich glaube sie sind alle ineinander. So ein spontaner Messer-Flash-Mob irgendwo hier. Cool. So Insider und so. Ich hab irgendwie so das Gefühl, Saga, Spaß, Neo, RPG. Was will der Typ? Der ist doch Admin, warum beschwert der sich? Da ist ein Sniper. Nicht auf dem Server, er zockt auf seinem Server nicht. Ach so. Und vor allen Dingen ist er 14mm Noob. Er beschwert sich über RPG und so weiter. Das check ich auch noch nicht so ganz. Aber? Frag mich nicht. Aber ich find auch immer CG, RPG ist echt scheiße. Ähm, 40mm ist was anderes. Die nutze ich ja eigentlich auch immer relativ viel. Nein, wenn man sich viel nutzt, ist ja okay. Aber er nimmt es nur. Okay, das ist was anderes. Nur. Ich meine, ich hab das Ding bald auf 1500 Kills. Ich will nicht annähern. Ich hab 1200 oder so. Also 1200 meine ich. Ja, ich hab das halt gesuchtet wie sonst was. Ich hab damit irgendwann angefangen, ne Woche und danach konnte ich nichts anderes mehr. Ja. Lebst du? Ja, nicht mehr lange. Netz-Solders über mir. Und er hat keinen Plan. Ich folge dir. Ich bin gleich bei dir. Der läuft grad runter. Wah! Douglas hier ist tot. C4007, ich töte ihn. Bist du grad aus dem Fenster geflogen? Ich weiß nicht, ich war ja schon längst draußen. Aber unser Typ steht da einfach und guckt nur zu, wie ich auf den Feind schieße und er macht nichts. Geil, Lord. Ach, so nachdem ich tot bin, schießt er einmal drauf und der Feind ist tot. Bist du hinter mir? Ich bin beim Sniper. Wo bist du? Auf dem Weg, auf dem... Im Sprung. Nett-Solder. Er hat dir im Sprung einen Hedgehog gegeben. Der hat mir keinen Hedgehog... Obwohl, das seh ich ja nicht. Scheiße. Töte ihn! Das war ein Hedgehog, glaub mir. Das war einer. Töte ihn, der ist hier hinten. Ich zieh, ich guck zu dir rüber, schieß auf dich auch immer. Bumm! Du bist einfach an die Wand getackert. Geil, Lord. Jetzt ist schon wieder Elite. Pass auf, Elite ist hinter dir. Da an den Rohren. Zwar rohre ihn. Bitch. Er hat mich nicht... Ich wurde nicht einmal angeschossen. Der hat mich nicht gefühlt sich Millimetert. Ja, weil er wahrscheinlich auch noch ammo war. Achso! Warte, du hast Medi, komm hierhin! Komm hierhin! Fuß! Achso. Los! Oder muss ich dich wieder anleihen? Wir hatten dieselbe Idee. Debilkill. De... Debil. Wollt ihr ja Debil schreiben? Ich hab keine Ahnung. Debil. Achja, I'm a Battlefield Community. Oh ja. War auch schon mal besser, aber naja, was soll's. Es ist immer noch besser als Battlefield 3, also das Spiel was noch. Wir suchen uns zur Zeit wieder ziemlich, ne? COD kann ja bocken, wenn man Bock hat an Lone Wolf zu sein, so. Aber die ganzen COD-Spieler, die bei Steam jetzt rübergekommen sind, ne? Die haben das Teamplan einfach gestohlen nach Polen verschachert. Du meinst die ganzen COD-Spieler, die jetzt zu Battlefield gekommen sind? Ja, genau. Nate! Hm? Ich hab nur drei Leute gesehen. Drei. Wenn ich wüsste, wo du liegst, sind die wichtig? Draußen. Ähm. Ja, äh. Job-Squad. Ähm. Moment, und der ganze Squad ist tot? Oh, shit. Ich glaub der eine ist nicht mehr richtig gespawnt, oder? Ich hab keine Ahnung. Ach, ne. Kannst bei mir spawnen. Sicher? Ja. Bis auf dem Hügel. Der Sniper ist links von mir. Also, für wen entscheidest du dich? Wie für wen? Achso, ich bin das für mich selber. Ich bin tot. Ich bin auch gleich, oh mein Gott. Bleibt noch drei Sekunden am Leben. Drei. Zwei. Eine Sekunde. Gott. Ich hatte mein Messer in seinem Kopf drin. Da wurde ich von der Garant erschossen. Von der Seite. Geil, Lord. Nein! Verdammt! Genau der... Verdammt zu früh! Und nicht viel... Da hat keiner einen Jusen. Und ne Nate. Oh, man. Wuhu! Nächster Goldstar mit der M249. Ist aber erst mein dritter. Nimm's noch? Nein! Wo bist du? Ich liege da irgendwo. Ich bin der Medic. Danke! Ich bin nicht mehr der Medic. Yolo. Nimm, nimm noch! Mein Kid! Nenn. Wuhu! Nenn-Kin. Bist Du- Wuhu! Was ist? Der Kid liegt vor dir. Du guckst es nur an! Ach! Nichts! Ich wollte nicht wieder das... ähm... So. Ich wollte nicht wieder Dingensen- Ja, ich bin schon wieder tot. 40 Millimeter. Okay, jetzt reicht's mir. AUG, MP412, 40 Millimeter. Go. Fuck. Gut, den Elite-Manneken haben wir schon getötet. Dann kann man SVUler. SVU braucht's Geld. SVU ist trotzdem scheiße. Findest du einfach cool, um ihn zu töten, aber trotzdem ist die Scheiße hier einfach... Ich hasse dich. Was? Ich hasse dich. Wie? Brennt mein... Oh Gott. Brennt dein Gewehr rein, klaut mein Kühl. Erst klasse Punkte, dann ziehst du mir noch welche ab. Ich hasse dich. Ich lasse mich von dir scheiden. Ich geh aus dem Squad raus. Lässt dich schon wieder von mir scheiden? Immer noch. Schon wieder? Was ist das? Achtung, unten, Strand, Strand, Strand. Medic. Sniper. Medic. Wenn du nicht tot bist, ist Sniper keine Entschuldigung. Ich bin tot. Oh Gott, ey. Wie chaotisch ist das... Blah, blah, ist das eigentlich? Hey, ich bin besser als du. Wir verlieren in sechs Kills. Kannst du mich wiederholen? Hat der uns... Nein, gut. Kannst du mich wiederholen? Okay, wir dürften nur nicht mehr sterben, dann ist alles toti. Einfach hier sitzen bleiben, wir sind nicht da. Wir sind ein Baum. Baumi, baumi, baumi. Nein, Fotosynthese. Duck dich doch wenigstens mal. Wir sind nicht da. Granate. Wir sind nicht da. Boom, 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 explosion. Ja klar. Guck dich einfach und guck, ob deiner kommt. Mein Gott von der Seite, von der Seite. VSS. Ich war gedummt. Hinter mir. Ja. Ey, und da kommt hier so eine Schwuchtel von der Seite. Ja. Moment, was waren zwei. Fuck. Von der Seite. Von rechts, ja. Zwei Kills noch? Kanada, 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 motherfucker. Na. Verdammt. 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 Ich habe auf ihn gescoped. Ich war der Final Kill. Verdammt. Verdammt. Kein Fight. Verdammt. 25, 29. 22, 19. Egal, du bist besser als ich. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für diese Runde und sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder. Faden verloren. Haut da rein. Ciao. Hallo Leute und willkommen zu Squadwash Hardcore auf Ey, welche? Ach, weil Paraiso. Ja, ich habe davon nicht drauf geachtet und ich habe dir nicht zugehört. Also, ja. Ist eine kleine Runde, ist nur ein 8er Server. Ich habe ewig kein Squadwash gespielt, ehrlich gesagt. Moment, ist das Squadwash oder Wasch, Wasch, Wasch? Verdammt, Squadwash. Nicht schlimm. Ist kleiner, geht schneller. Verdammt, Admin auf dem Server. Yolo. Moment, habe ich gerade einen Admin getötet? Ist der RBL Admin? Na, äh. Ja, wir haben unseren Team. Ja, RBL, ja. Ich habe gerade einen gegnerischen RBL gekillt. Mist! MADIC! Mein Framerate. Mein Framerate. Ich weiß gerade, ob ich mich duckt oder nicht. Bin ich duckt oder nicht? Ich bin tot. Gib mir eine Sekunde. Du bist jetzt geduckt. Ich pack dir hier Medi hin. Unten. Ich weiß. Als ich ihn gesehen habe, hat es einfach so krass gelaggt, dass nichts passiert ist. Er ist tot. Du rennst durch mein MGM und bekommst keinen Schaden. Das ist ein komisches Hardcore. Hm. Ich weiß nicht, ob ich ihn kippen. 2-2, ja, das geht ja noch klar, wach. MADGIRL oder BADGIRL? MADGIRL. Ja. Er ist noch doppelrunde Arndahl. Scheiße! MADGIRL 3! Einfach gesplayt! Alter! Ich habe gerade gemacht. Auch mal gucke ich so ein Mündungsfeuer rein. Und cool. Aber echt. Ups! Scheiße! Ach nee, das ist ein Stein. Verdammt! Das ist mir meine Handgranate reingelaufen. Ich werde beschossen! Ich auch. Hier ist aber, wenn ich gerade irgendwie was mit den Händen mache, die... was ich nicht mehr machen sollte. Mhm. Ich komme da gerade voll nicht drauf klar. Alter. Ich bin nicht wahr. Sollten wir wirklich aus der Base zu rausspazieren? Ach, wir sind Angreifer. Scheiße. Voll nicht. Voll nicht. Sag mal, kann man durch den Blechzaun nicht schießen? Ich habe keinen einzigen Marker bei Sensei Panda bekommen. Der Tief war oben auf dem Dach drauf, nicht innen drin. Ja, aber ich habe da oben hingezielt. Bei mir hast du auf die Wand geschossen. Oh, höh. Ja, äh, das war schon sehr gut. Ja, 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 ja. Durchaus, durchaus. St. Deutsch, oder? Ich denke. A.U.? A.T. ist Österreich. Haben wir das A.U. auch Österreich? Oder wo steht A.U.? Ausländer? Austria. Österreich. Das Osterreich. Wenn dir eben das ganze Jahr über Ostern ist. Mhm. Mann, war der flach. Ja. Ich kann mich nicht mehr drüber lustig machen, weil ich nur mit dir fühle. Warum glaube ich dir das nicht? Ich hole dich wie... Das war ich nicht mal, aber... Scheiße. Ich schieße auf dich. Ich hole dich wieder. Hm. Suboptimal. Hast du deinen Teammate getötet? Er töte den... Werde ich den ich töten wollte, dann töte ich ihn. Außer sehen. Weniger gut für den Sollten... Sollten zünden. Unser Sniper hat mich grad besnipet. Geil on. Aha. Hinter mir. Sensei Panda. SVU. Ich mach jetzt auch einen off-snipe. Ne, doch nicht. Ja, wir machen jetzt auch einen off. Ach, ey. MG. Das, was wir hier machen, ist ein Outtake. Okay? Das ist das normale... Ja. Meine beste Waffe ist das Messer, was ich eine Sekunde benutzt hab, um so eine Tür kaputt zu machen. Ich hab nicht ein einziges Mal was angeschossen. Hast du überhaupt einen Kill gehabt? Alter. Alter. Du hast Minus 100 Punkte. Ich hab mich einmal was angeschossen. Du hast auch einen Kill gemacht. Genau. Oh Gott, ey. Wir sind so unglaublich. Scheiße. Nein, nach dem unglaublichen Ende. Ja, das Team war schuldig. Ja, das Team war schuldig. Nicht mal, da befiehlt sich die Lappen. Ja, und ich... Oh ja. Ich spawne irgendwie drei Baby. Sensei Panda? Hä? Hä? Ja, alle weggefickt. Hä? Oder... Ah ja. Ich will's nicht aussprechen, nein. Das gibt's doch nicht. Ich... Madgirl. Mich hat ein Mädchen getötet. Nein. Fuck. Wir sollten Vorrücken. Sind wir Angreifer oder Verteidiger? Verteidiger. Aber wir kommen ja nicht zu einem kommen hin. Sensei Panda. Ich mach jetzt einfach mal die Noob-Variante. Ich bin nicht so weit hinten gespawnt, wie ich gehofft hab. Ich bin nur in Waffen gespawnt. Was ich gehofft hab. Ha. Bist du gerade... Okay, du lebst noch. Yolo. Ich renne schon mal zu diesem Basis zurück. Das hat ja keinen Sinn mehr. Ha. Wie viel war denn das? 20 Sekunden? Dieser MG3-Lappen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich hol jetzt mein dickes Rohr raus. Ich hab Schlange in der Hand. Perversling. Äh. Perversling. So geht's denn hier hoch. Jetzt verteidigen wir dieses... Reich. Siehst du einen? Ach, da ist die Leiter. Ja, ich hab die Leiter gefunden. Warum? Nach vorne schießen! Hinter uns war einer. Wo? Da ist immer noch einer. Ich wurde von hinten erschossen. Er hat mich doch im Sprung erschossen. Oh Gott, ey. Das ist da echt nicht normal. Ich war ja auf Aufklärer mit... mit VSS und dann... MP4-1-Zerex und dann Mortar und... Ich hab Madgirl geh-headshot-tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Wir sind irgendwie schlecht. Ich will einfach nicht mehr. Du bist der Sniper, ne? Ja, mit VSS und Reddard. Die Granate war zu kurz. Los, komm, jetzt töten wir die. Jetzt nehmen wir sie auseinander. Alle. Ich werde GM geht. Da, wo ich hinschieße, ist einer. Töte ihn! Ich hab dich einmal angeschossen. Mich? Da, dreh dich um. Da, da kann ich einfach mal ein Hügel. Ach, scheiße! Töte ihn. Ich hab dich nicht mehr angeschossen, oder was? Ach. Trotz, es ist so scheiße, ne? Oh ja. Ich hab' so scheiße, ne? Oh ja. Ich hab' jetzt einfach wettert auf meiner F98 geklatscht. Ich hab' das Ding zwar... Ich hab' das Ding zwar ewig nicht in die Hand genommen, aber... Das klingt immer so komisch. Aber, ja, mal gucken, ob ich mit dem Teil noch klarkomme. Hast du grad ge... Ich hab' grad' gar nichts. Ich hab' 1 zu 5. Ich renne wie Alconwoods fortgesnipet. MG3. Ich renne... Er hat ein Visier des Madgirls, ein Visier auf mal gesnipet. MG3. YOLO. YOLO. Okay, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann. Für immer. Ja. Für immer und ewig. Wir werden alles aufgeben. Wir werden uns jetzt betrinken und da hängen gehen. Nee, vorher gründen wir noch eine Sekte. Dann machen wir so einen rituellen Serien-Selbstmord. Ja. Also, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ach nee, dann wird's schon zu spät sein. Guckt in die Zeitung. Nein. Ich würde sagen bis zum nächsten Mal und haut da rein. Viel Spaß doch beim Sterben.